hallo und willkommen zu einer weiteren folge von minecraft das sind wir live zwei mit mir dem kirsch so ich habe auf screen schon mal etwas weiter gemacht und zwar ich habe noch ein haus weitergebaut wenn ich mich erinnere oder sogar die anderen drei oder zwei habe hier mal ein bisschen planiert gemacht das war eine heidenarbeit habe sogar unseren ex geräte marfen kobalt kopf erweitert muss noch alles andere machen so habe ich mein questbuch haben wir jetzt irgendwas noch zum claimen hier muss man dann weitermachen hier das dauert noch ein bisschen wo ich habe noch was zum claimen leben immer alles claimen so haben wir hier was ich hatte noch versucht gehabt eine automatische soja presse zu machen aber hat nicht so wirklich funktioniert weil ich habe noch keine conduits item conduits so wir könnten jetzt sogar mit ihr weitermachen weil ich habe ja diese bäume gepflanzt aus den dorf was da hinten ist da kommen links mit der quest reihe etwas weiter weil diesen erstmal versorgt brauchen jetzt erstmal nix ich muss den bloß mal gerade ein bisschen nahrung geben der hoffnung dass die säfte von unseren bären funktionieren weil brot hat man hier benutzt das kann man nicht mehr so einfach herstellen dafür brauchen wir entweder teig oder halt alle floren und das kriegt man halt nicht so mehr erdrücken wie ich will kommen nix selbst das normale weizen wo hat sich das nicht immer gemacht hier ich hatte glaube jetzt noch auskriegen eine segment gemacht umsonst ich kann sich rein hauen sieht raus flur geht nicht rein schade gut das heißt wir müssen uns auch mal mit unseren leimigen sachen beschäftigen ich habe das questbuch wieder weggelegt kommt immer weglegen und zwar wir brauchen erstmal slime boots slime boots so brauchen ja einfach nur slimes haben wir ein paar hier umstehen zufälligerweise die aber auch nur auf slime wird wachsen also nicht wundern und man kriegt ein haufen weißes jetzt hier jetzt raus sagenhaft dann kann man uns bald zugrunde werfen wieder pflanzen die kann man halt leider nicht mit einer achse schneller abbauen schön wärs aber gut das kriegen wir hin eine schleimige angelegenheit wird das heute aber sogar lilan rausbekommen da kann man nehmen wir mal wieder eine schuhe haben möchte und ich habe immer ein mittel mit der deko experimentiert ein wenig und ein paar bäume gepflanzt aber ok so mal gucken ob es funktioniert jawohl wo habe ich die jetzt sind ja ich bin ja sofort so claim stimmt ja die lupex hat sich auch mal geklemmt gab so hier ist noch nichts weiter zusammenkommen unser leder ist auch fertig ok slimes link wie gehst du brauchen wir fäden darf doch noch irgendwo welche haben finden wir finden findet die fäden in derzeit die konnten fahren ob ich dachte ich hatte noch welche gehabt nein falsch gedacht gut und man kriegt ja immer wieder dieses raus das ist unschön aber die brauche ich jetzt eh nicht ich brauche ja nur die hier geben sogar schon drei gelangt es wird wieder nach 9 schlafen passt da braucht man auch diesen schleim block gut man 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 ja die brauchen wir doch irgendwelche sachen die man selber nachgucken ja wir müssen uns jetzt unbedingt dann noch bald ums essen kümmern ja ich guck doch schon claim so manual da brauchen wir noch ein ingot hatte ich noch was drin die öffnet man dann gleich zum ende der folge hatte ich noch einmal menu den trainer dreigen jetzt zack ingot cast da haben wir die quest auch da kriegen wir vielleicht sogar tinkers langsam durch langsam block offenen ok das kriegt man so nicht pick iron aluminium bra da haben wir auch noch was die brauchen das klappt wirklich nicht so wie ich es gedacht hatte so claim das wohl auf muss ja ist doch okay ist okay du da m m m m m ja und schleim sagen woanders einlagern wo man platz haben ok wir brauchen eindeutig bald ein größeres lagersystem mit der slime klinge extrem gut erkunden ist aber sehr leistungslastig weil alles geladen werden muss in dem flug so kommen wir noch mal ein ball of moss das geht nur ganz einfacher braun ob das musikal ist dann habe ich noch ein bisschen stein wenn ich bremmer noch was den modernen schütteln starb ich hatte keinen klinz soll mehr oder nein nur noch kappel so ok brenn noch mal schnell was hat die externe doppelkiste 3 ach so ganz einfach wir brauchen zwei ball of moss mossy stone bricks ganz gut gemacht so bei uns mal ein bisschen schleimige sachen muss vorbeigehen so auf muss allerdings ok da gehen wir sogar drei mending muss jetzt brauchen noch ein mending muss und das kriegen wir ganz einfach indem wir papier habe ich noch papier stimmt nicht mehr genug ja dann zum beispiel noch holz holen verdammt da war noch was das bekommen ja bloß aus der presse schnell zum altfall und ich mache mal kurz hier was und lade diese mal hier mit also nicht claim sondern dass sie sozusagen explosionssicher sind dass hier auch rieber mal hochgehen können ohne dass ihr boom inventor inventor so bei uns war ich habe in der kiste unterholz gehabt oder ja okay das wird auch noch eine heiden arbeit das alles zu verkleiden das können wir eigentlich alles mal im stream machen wenn ich mal wieder stream ihr könnt ihr mal gerne rein schreiben einmal wieder ein stream haben wollt so brauche ich eigentlich gerade und kann ich mir selber beantworten ja das wollt ihr ja man bitte zeug so holz das arbeitet sehr schön wir brauchen einiges an papier wir brauchen 36 neuen blätter dann können wir nämlich und sagt mein bücher egal waren und ich muss gerade mal kurz schauen ich hatte doch kakaobohnen mal bekommen da so den pflanzen wir wieder können so eine riesen machen aber will ich nicht haben unbedingt das war mir improvisierte variante weil wir können auch mit kakao einiges dann machen hoffe ich doch mal perfekt sehr gut dann machen wir uns noch drei bücher drei an der zahl das ist jetzt glaube ich egal wie rum jetzt einmal drei klick an der bookshelf wusstest aber ich glaube es gibt das einzelne auch sagen jetzt nicht mehr brauchen normales holz doch haben wir unsere drei bücher wieder bekommen und ich hatte bücher da drin ja da könnte ich gerne mal hauen ich bleibe dass man wenigstens noch schnell rum kriegen zack zack und da muss schon und wieder eine fest abgeschlossen claim muss doch dreimal mending warum jetzt nicht unbedingt das ist anbrechen wo wie ein fluss mannt okay guck mal okay das ist sagen ein extra modifier obsidian das wird jetzt eher das größere problem ich habe den ganzen da war wer gepumpt ja okay guck mal weiter ein epic gut weg okay das muss ich mal auf screen formen die 40 obsidian war mich mal auf screen okay wir brauchen drei vogelscheuchen dafür brauchen halt ein heubahn ja 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 kurz auf der zeit gucken was bekommt man da wenigstens als ein real den machen wir noch wenn man es hinbekommen ich bin mal wieder leicht sprunghaft aber alles gut ok war jetzt noch auf jeden fall genügend bekommen bin ich sehr zufrieden so auch perfekt warum noch sticks und dann können wir unsere vogelscheuchen bauen ohne schüssel bitte sehr schön einen weiteren realo black zeit zeit sagt man vielleicht noch gleich habe noch eine quest nachher unseren deko kraft stanz kommt er hier mit rein habe es schon zu komplett zu gespand ok eine bakery bitte kein bruch gut was bekommen wir auch noch in den hammer holz ok so sehr schön claim die muss man gucken wie groß die ist weil wir sind ja hier kommt auf jeden fall noch was rein aber noch mittel platz nein schlecht einzusehen wie man das machen kann ok jetzt haben wir einen besseren überblick ok wir gucken uns das größte level an so groß kann es werden ich möchte aber gern stein level 1 ja gut baum erstmal level 1 check so und jetzt machen wir noch schnell unsere loot bags dann muss ich noch mal ein inventar wieder aufräumen was gebraucht wird sich kommt hier rein mit den great aber brauchen jetzt nicht unbedingt die hohe vielleicht später so ok und unsere backpack muss man auch mal erweitern gut ok 4 lukex wir machen erstmal die normalen raleighx block of iron white print alloy night slime nuggets cobalt nugget und white print ok kommen die nächsten uranium war mein nächsten epic bacon sehr schön und elektron ok relativ gut aber nicht desto trotz sagt dass man an der stelle schlafenszeit wie immer und nicht vergessen kommentieren abonnieren like ansonsten zeitlich ist vollkommen alles lassen im sinne macht gut und bis zum nächsten mal tschüss tschüss